So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und ich muss das jetzt abends schon aufnehmen, werde ich aber glaube ich morgen noch fix raushauen. Ich bin nämlich morgen den ganzen Tag unterwegs, deswegen also heute. Ich blick nicht durch, keine Ahnung. Wir haben jetzt die letzte Zeit wieder etliche Infofolgen auch gemacht. Diverse Events starten natürlich, sind gestartet, das nächste ist wieder angekündigt. Es geht weiter dann auch mit der Umweltwoche oder Nachhaltigkeits-Event oder Nachhaltigkeitswoche, wie auch immer. Aber, wisst ihr ja wieder, neue Shinies, neue Pokemon. Das alles startet am Dienstag und nächste Woche gibt es auch noch was Besonderes und zwar am Samstag, dem 24. April. Schreibt es euch wieder in den Kalender. Ich sage jedes Mal, nehmt euer, zückt euer Handy. Wenn ihr irgendwas guckt auf meinem Kanal, haltet euer Handy bereit, schreibt es euch gleich alles rein. Neues Event, der Freundschaftstag. Ähm, sieht erst mal nicht so spektakulär aus von dem Bild. Also man sieht nichts Neues. Bei der Umweltwoche habt ihr ein neues Pokemon entdeckt und gesagt, richtig krass. War in den Hauptaugenmerk gelegt, so. Äh, Friendship Day. Ja, was sieht man hier? Indivir, Sonnenkern, Tarnpignon, Tangela. Hm, was ist der Freundschaftstag? Aber klar, Glücksfreunde, Bruder, halt dich fest. Nein. Wir gucken mal, Details und Boni. Wenn ich hier draufgehe, seht ihr, da ist nicht viel. Das ist so ein bisschen Text. Datum und Uhrzeit, Samstag, 24. April, 11 bis 14 Uhr. So haben früher die C-Days immer ausgesehen. 11 bis 14 Uhr, C-Day. Wer kennt das noch? Wer ist noch oldschool, wer ist schon so lange dabei, der noch weiß, dass der C-Day früher immer von 11 bis 14 Uhr ging. Und mittlerweile halt von 11 bis 17 Uhr. Äh, damit man eben 6 Stunden hat, statt 3 Stunden, um eben mehr Zeit zu haben, wegen Corona und dem ganzen Bimsbams hin und her. Jetzt smack die Katze hier wieder vorbei, okay. Tu das mal. Verschiedene Pokemon vom Typ Pflanze erscheinen häufiger in der Wildnis. Äh, deutlich zu sehen, ja, das sind ja alles Pflanzen-Pokemon. Was man jetzt machen könnte, schon wieder als kleiner Tipp, bevor das wieder jemand in die Kommentare schreibt. Am Zerbifoi-C-Day wäre es auch was gewesen, mal ein Mega-Pokemon vom Typ Pflanze zu basteln. Sprich, Katze, Mega-Bisa-Floor. Gibt es überhaupt ein anderes noch Mega-Pokemon mit vom Typ Pflanze, was wir momentan haben? Ich glaube es eigentlich, nein. Also man hätte einen Mega-Bisa-Floor entwickeln können, das hätte 8 Stunden gehalten. Ihr hättet also den ganzen Sea-Day davon profitiert und dann vermehrt Bon-Boms bekommen für ebenfalls Pokémon vom Typ Pflanze. Das heißt, wenn jetzt an diesem Freundschaftstag sowieso vermehrt Pflanzen auftauchen, könntet ihr theoretisch auch in dieser Zeit euch ein Mega-Pokemon vom Typ Pflanze machen, um auch wieder zu diesem vermehrten Typ Pflanzen-Pokemon mehr Bon-Boms zu bekommen. Ja, das klingt doch auf jeden Fall alles... Junge, was ist denn heute los hier? Äh, klingt doch auf jeden Fall alles vernünftig, ne? Der Abschluss einer Sammler-Herausforderung bringt 100.000 EP. Glücksei anmachen. Das ist dasselbe, wie wenn ihr einen Best-Friend in eure Liste bekommt, also wenn ihr einen Freundesaufstieg habt mit einem besten Freund, gibt es auch 100.000, mit Glückseidern 200.000. Mich irritiert ein bisschen, hier steht der Abschluss einer Sammler-Herausforderung. Gibt es also mehrere. Und ihr könnt jedes Mal, wenn ihr eine Sammler-Herausforderung abschließt, 100.000 bekommen. Sonst hätten sie ja auch schreiben können, der Abschluss, der Abschluss der Sammler-Herausforderung, aber der Abschluss einer, der Abschluss einer stündlichen globalen Herausforderung bringt dir 20.000. Eine stündliche, dann wisst ihr also, dass es mehrere gibt, aber auf der anderen Seite sind das drei Stunden, das müssten also drei Stück dann sein, mit jeweils 20.000. Die Viecher machen mich verrückt. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Tausch ein Glücks-Pokémon zu erhalten, ist bis 17 Uhr erhöht. Das ist schön, das ist ja wie die Sea-Day-Zeit. Das heißt, ihr könnt drei Stunden lang fangen, zocken und dann einfach noch drei Stunden lang tauschen, was das Zeug hält. Alles, was ihr vorher also gefangen habt. Oh Mann, jetzt kommt er auch noch hier. Alles, was ihr vorher gefangen habt, könnt ihr dann nehmen, könnt ihr in Ruhe tauschen, hin und her. Glücks-Pokémon erhöht. Wenn euch irgendwas noch fehlt im Lucky-Decks oder so, hebt das halt alles auf bis dahin und sagt, dann komm, wir tauschen mal 100 Kaumalat hin und her. Ja, vielleicht wird ja eins davon Lucky. Die Tauschreichweite ist dann auch wieder auf 40 Kilometer erhöht. Das ist sowieso was Feines. Die Leute fragen ja die ganze Zeit immer, hey, hat jemand Dings und Bums und mag jemand tauschen? Und keiner denkt daran, dass ihr beim Tauschen nebeneinander stehen müsst, beziehungsweise dass es nur 100 Meter geht. Wieder auf 40 Kilometer erhöht, ist natürlich trotzdem nicht möglich, wenn ihr einfach in Norddeutschland wohnt, dass ihr mit einem aus Süddeutschland dann traden könnt. Das sind mehr als 40 Kilometer. Ich glaube, Deutschland ist ein bisschen größer. Deswegen trotzdem, 40 Kilometer, einige werden das nutzen können. Es gibt dreifache Fang-EP während des Events. Jetzt weiß ich, wieso Pupsi gesagt hat, sie muss unbedingt an dem Tag, muss sie freinehmen, muss sie komplett ausrasten. Sie ist ja auch auf dem Weg zu Level 50 jetzt, möchte da einmal noch schön EP mitnehmen und an dem Tag die ganze Zeit fangen, 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 fangen. Das heißt, dreifach EP mit Glückseis, sechsfach EP. Wenn ihr als eingefangenes Pokémon mit einfach fabelhaft dann schon 6000 Erfahrungspunkte kriegt und fangt und fangt und fangt die ganze Zeit durch, das ist auf jeden Fall heftig. Rauch und Log-Module halten während des Events drei Stunden lang. Rauch haben wir ja öfters, gerade an den C-Days, dass der drei Stunden hält. Log-Module drei Stunden, das ist heftig. Früher war es so zum C-Day ein Log-Modul drei Stunden. Seitdem das mit Corona war, egal ob C-Day war oder nicht, die Log-Module halbe Stunde vorbei. Aber jetzt, Log-Modul drei Stunden, das klingt einfach nur richtig heftig. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Die Leute haben jetzt vermehrt einfach nur noch mit Rauch gespielt. Der Rauch wurde sehr effektiv gemacht, aber trotzdem Log-Module drei Stunden, Unrauch drei Stunden. Beides gleichzeitig einsetzen. Wird auf jeden Fall eine heftige, feine Sache. Haben wir jetzt hier noch irgendwas zusätzlich, was hier steht? Und das war der von GoGames. Das ist der von GoGames eben. Das war der von PogoFans.net. Man sieht, ich bin eigentlich total... Ich muss gleich aber noch was aufnehmen, glaube ich. Freundschaftstag, ja, Raids, Events, April, hin und her. 24. Da sind halt, wie gesagt, nur drei Stunden. Wie die klassischen Community Days. Mensch, jetzt hätte ich den Artikel vorher gelesen, ja. Pflanze, die Kolle... Da ist es eigentlich deutlicher, weil wirklich da steht, als Belohnung für die Collection Challenge. Winken 100.000. Also es gibt nur eine, ja. Es gibt nur 100.000. Eine Challenge, die fließt ihr ab. Und dann habt ihr das dabei. Die Katze legt schon wieder die ganze Wohnung auseinander. Aber nicht der Adi. Nicht der Adi. Ich muss es dazu sagen. Stündlich eine globale Herausforderung. 20.000 Hammer. Im Spielfeld grünes Kon... Das stand bei der anderen Seite gar nicht dabei. Im Spielfeld grünes Konfetti vom Himmel. Warum nicht? Ist doch schön, wenn man sich da anmeldet und denkt, was ist da denn los? Ja, 40 hier. Da, Rauch, Bäm. Steht auf jeden Fall alles dabei. Hier ist noch ein Tipp dabei, auch wegen der Picknickermedaille. Ihr wisst ja, müsst ihr ein Logmodul setzen. Und andere müssen aus dem Logmodul, was ihr gezündet habt, Pokémon fangen. Und wenn ihr eins setzt, und das hält drei Stunden, können natürlich viele Leute da rummachen. Habt ihr schon die Picknickermedaille auf Platin? Schreibt einfach nur Ja oder Nein. Ihr habt die auf Platin rein. Sagt nicht, warum ihr die auf Platin habt. Und dass es bei euch nur eine Minute gedauert hat. Wir wissen ja alle die ganzen Tricks und Scherze. Außer wer nicht. Der kann ja nochmal unten reinschreiben. Wat? Wie? Wie schafft man das in einer Minute? Ist auf jeden Fall eine nette Sache. Also es gibt jetzt nichts Neues in dem Sinne. Aber es gibt halt ein paar Boni, die die Leute trotzdem gerne mitnehmen. Und Glücks-Pokémon halt. Ich habe leider alle Lucky-Einträge, alle Glücks-Pokémon jetzt. Weiß ich nicht. Müsste ich Legendäre tauschen. Aber das machst du nur einmal. Dann ist der Spezialtausch weg und das war's. Also ich weiß noch nicht. Die Erfahrungspunkte nimmt man natürlich gerne mit. Gucken wir mal, was sonst noch so auftaucht. Vielleicht ist das ja noch nicht alles. Im Endeffekt gibt es doch noch irgendein Shiny. Wiss man nicht. Niantic hält oftmals auch was zurück. Was denkt ihr? Wird noch was kommen? Ist das alles? Aber wie findet ihr den Freundschaftstag? Wie findet ihr das Event? Und wie weit ist eure... Wie weit ist eure Picknickermedaille? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.